Hallo Kinga, ich habe Ihre Mail gelesen, ich spreche Englisch, Deutsch und Französisch. Ich habe eine Schwester und einen Bruder, ich mag auch Rihanna und Adele, ich mag Pferde und Reiten, geht es dir in der Schule? Max, du singst ***, mein Lieblingsfach ist Sport, aber ich mag auch Deutsch, ich warte auf deine Antwort, bis bald, tschüss. Guten Tag, mir hau Kubala. Ich bin Jorik Lariuk, ich habe einen Schwester, er heißt Tibo. Hallo, ich wohne in Laval, ich bin 14 Jahre alt. Ich treibe das Sport, ich mag das Handball und Basketball. Und danke für eure Antwort, tschüss. Ich bin Kasia und ich bin Veruna, wir sind 15 Jahre alt, wir wohnen in Laval, ich komme aus Polen und ich komme aus Kosovo. Ich habe drei Brüder und ich habe einen Bruder. Wir leben in Berlin. Wir lieben in Berlin. Wir lieben in Berlin. In den Ferien, ich gehe nach Polen. In den Ferien, ich gehe nach Polen und wir lieben Skateboarding. Wir wollen in den USA gehen. Wollen. Danke für Ihre E-Mail. Tschüss. Tschüss. Hallo, Piotr. Ich bin Gautier. Ich wohne in Laval und ich bin 14 Jahre alt. Ich habe zwei Schwester und drei Katzen. Ich gehe ins Schwimbad in den Vorö. Ich mag die Musik. Und mein Lieblingsfahrer ist Geschichte. Und ich esse Nutella jeden Tag. Ja. Und ich esse Nutella jeden Tag. Tschüss. Hallo, Angelika. Ich bin Ilka. Ich bin 14 Jahre alt. Ich mag Musik. Ich tonne. Ich mag Ritaura und Rihanna. Ich werde an den Strand in Kroatien und Montenegro gehen. Ich mag in der Sonne liegen und baden. Ich gehe in Kosovo in den Ferien. Und auf Wiedersehen. Hallo, Kamil. Ich heiße Kamil. Danke für Ihre E-Mail. Ich habe einen Bruder. Er heißt Arthur. Ich mag Musik und spiele Trompete. Ich mag ganzes Roses und Retro Chili Pepper. Mein Lieblingsfahrer ist Matt. Tschüss. Das ist die Bibliotheke. Wir lesen und lernen. Das ist die Lese-Ecke. Wir lesen. Das ist... Es gibt alle Wörterbücher. Wörterbücher. Bücher über Natur. Natur. Biologie. Und Astronomie. Und so weiter. Es ist Computer für Lernen. Wir haben Computer. Heute Morgen. Das ist... Habe... Morgen. Ist Bibliotheker nicht da. Und... Wir machen weiter. Wir machen weiter. Oh! Das ist die Kontinue. Wir warten. Und! Wörterbücher. Lassen. Und... Lassen. Und... Bien. Spaß. Tschüss. Das ist nach Spense. Das ist die Kontinne, mit Tisch. Das ist die Kontinne, die Kontinne, mit Tisch. Das ist die ganze Schule. Es gibt zwei Gebäude. Die erste Gebäude ist für die Administration und die zwei Gebäude ist für die Lernensimmer. Das ist die Kontinne, die Bibliotheke. Es gibt die Lernensimmer und im Erdgeschoss. Und die Klassensimmer. Und das ist die Schule. Ich bin auf Spiele, Sprechen, Bass Barat. Ich bin auf Sprechen. Hier die Bücher, die Herzen und Schultaschen. Die Schule hat zwei Florenen. Ich bin auf Sprechen. Das ist die Klassensimmer. Ich möchte Ihnen präsentieren Klassensimmer. Wir beginnen für Klassensimmer für Technologie. Das ist ein Klassensimmer für Technologie. Wir haben 15 Computer für zu lernen. Zurzeit arbeiten wir mit Miniautos. Da wir planen, die Pizze am Computer. Und da wir die Zusammensetzung der Teile machen. Sie ist künstlich und mal sehr schnell und malen. Hier sind die Farben, Gelb, Blau, Schwarz, Rot und Grün. Sie ist unsere Kunstwerke. Das ist die Geschichte der Sendzimmer, wir lernen in der Kassel. Das ist der Tisch. Das ist Musikklasse. Klavier, Tantan, Mikrofon und Computer. Hier singen wir. Hallo, das ist Deutschklasse. Das ist Deutschklasse. Das sind Schülerleiten. Das sind Bücher, Schrank. Das sind Bücher, Regeln. Und Schüler. Das ist Computer. Amen. Amen. Tschüss. 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 Tschüss.